... ... ... ... ... ... Tja Freunde, unfair matchmaking ist am Start. Sowohl der 279er im Gegnerteam als auch der Gegner hat einen richtigen Scout, nämlich einen Rheinmetall und wir haben mich als Scout den Sheridan mit der Dropgun. Somit habe ich gar keine Optiken auf meinem Sheridan verbastelt. Das heißt der Gegnerische Rheinmetall kann mich easy peasy lemon squeezy outspotten und ich kann ihn nicht outspotten. Ich müsste mal bei dem Sheridan auf jeden Fall mal eine zweite Option reinballern, damit ich Optiken hier reinballern kann, falls nötig. The Optiken ... 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 wir haben auch wenn 27 9 so sieht das also aus der optik in optiken es gibt zwei artis wieso kommen hier keine treffer rein der optik in optiken auch wir haben einen 277 der afk in der base rum steht das ist schon mal sehr nett wir bräuchten mal ein paar artis die hier mal weg rotzen das wäre super nett ja 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 da steht ein stehendes ziel und gott sei dank haben wir zwei artis das wäre schon nett wenn die mal das ding abheben würden ja unsere 261 artis tot wie auch immer das jetzt hä die crew vom 261er wurde rausgeschossen oder was was geht denn jetzt ab wir haben kein bester alle sind nach rechts ja ich krieg natürlich immer das elende genug team na guck dir das mal an 14 mann sind nach rechts oder was oder 13 mann wie willst du denn hier links die 1er linie gewinnen wie wir haben beide artis verloren ne übrigens der 279 ein gegner team hat beide unsere artis kaputt geschossen ne Geblindshotted anscheinend auch Jo, wir haben gar keine Arties mehr Gut, der Profi 279er landet natürlich im Gegnerteam, ne Der hat ohne Spot unsere beiden Arties rausgenommen Überleg mal, Alter Weil die sich beide natürlich wieder dahin gestellt haben, wo es jeder vermutet Nämlich rechts hinten in der Ecke, ne Jo Es kommt auch keiner hier zum Base-Deffen, ne Am allergeilsten finde ich hier den TVP und den anderen da, die da oben auf dem Hill rumchillen Hallo, hallo ihr, hallo, wir brauchen Base-Dev Ja Dadurch, dass der 279er unsere beiden Arties geblindshotted hat Haben wir keine Arties mehr, ne Ja, und das kommt davon, wenn die Arties sich immer auf bestimmte Punkte auf den Maps hinsetzen und sich nicht bewegen, ne Nach jedem Schuss Vor allen Dingen, warum immer nach rechts hinten in der Ecke Man hätte auch Richtung Hill fahren können Als Beispiel, weil wir hatten ja die Hillseite, hatten wir ja schon gewonnen Ich bin schon mal Zeit, jetzt kommt der Und jetzt kommt der Gebirgeil ist Es gibt Verstehen Ich bin zuerst Ich bin zuerst Ich bin zuerst Begrüßen Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hätten wir jetzt mal noch ein paar Artis, könnten die hier was wegschießen, ne? Jetzt habe ich dafür gesorgt, dass die Gegner Artis sterben. Ne? Unser Team fährt nicht vorwärts, ne? Überleg mal, ich habe hier alles aufgemacht, Alter, ne? Alle Gegner sind auf, anstatt dass die jetzt mal alle vorwärts fahren, ne? Oh mein Gott, so viele Panzer mit noch genug HP und niemand fährt vorwärts. Ja, großartig. Verlieren wir das Spiel dann noch oder wie oder was? Hey, geh doch mal helfen, Junge! Da wird wieder hinten in der Ecke rumgeschimmelt, bis man das Spiel verliert, Alter, guck dir das an. Ja, ne? Kein Bock, kein Bock, kein Bock, kein Bock, kein Bock. Ja, lassen die da unseren 279er wegsterben, ey. Guck dir das an, Alter. Guck dir dieses Gegammel hier an. Guck dir dieses und dieses Gegammel an, Alter. Wenn man unfähig ist, ein Spiel zu Ende zu bringen, ne? Wenn man einfach unfähig ist. Wenn man so lange rumeiert, bis die eigenen Leute alle wegsterben, ne? Und dann am Ende dann doch das Spiel verlieren, ne? Nicht mal den Rheinmetall von denen haben sie rausgenommen, ne? Der lebt immer noch. Ja. 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 Krass, dass wir das noch gewinnen, ne? Ah, deren Rheinmetall, ne? Der war auch nicht der hellste, ne? Weil eigentlich wäre der mir sowas von überlegen, ne? Weil der Rheinmetall hat viel bessere Tarnwerte als so ein Sheridan. Und der hat Optiken drauf, ich nicht. Ich habe eine Derpgun drauf und so weiter. Und, naja, mein, mein Panzer an sich ist viel größer und leichter kaputt zu machen. Also der Rheinmetall von denen war wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wo ist er denn? Hier, der hat beide Artis von uns rausgenommen, der Typ. Blindshot. Was hat der gespottet hier? Ey, Alter, der hat weniger gespottet als ich mit meinem Sheridan, ey. What the fuckel? Was, 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 was du denn jetzt schon wieder für einer? Haben wir das sogar noch gewonnen, ey? Ach du Scheiße. Egal, passt. Ja, Freunde. Ich habe heute am Freitag, Ich glaube, wir haben den 28. Oktober 2023. Unter 40% Winrate und Wargaming denkt sich, ey. Damit das mal richtig unfair wird, geben wir dem Gegner einen Chieftain und einen KO-45er. Damit aber auch zu 100% gesichert ist, dass Akku das Spiel verliert, ja. So unfair ist Wargaming, ne. Und ich bin schon auf, bevor das Spiel anfängt. Wie geil ist das denn? Freunde, ich sage es euch, Wargaming ist und bleibt die beste Firma der Welt. Sie sind nicht nur einfach unfair, sondern auch zweifach unfair. Ja, wenn schon overpowerte Panzer im Gegnerteam, dann aber auch doppelt, damit auch gesichert ist, dass Akku das Spiel verliert, ne. Und dann noch auf so einer Map, Alter, wo du wirklich einen Turm brauchst und Gun Depression und dies und jenes. Ja, jetzt haben wir da unten in der eigenen Base wieder jegliche Panzer, die rumgammeln und rumschimmeln, anstatt hier mal mitzuhelfen, ne. Brauche Hilfe! Ja, jetzt haben wir da unten in der ganzen Welt. Oh, jetzt ist der nächste da hochgeklettert, Alter, ich kotze gleich. Mann, Alter, ey, sobald da Gegner oben sind, kannst du auf der Map nix mehr machen, ne. Ich muss irgendwie gucken, ob ich da hochklettern kann. Wird, wird ne sehr schwierige Geschichte, aber ohne hochklettern kannst du auf der Map gar nix, Alter. Wird, ist besser, oder? Vielen Dank. Diese Map ist so ungeeignet für jegliche Panzer, das ist unglaublich. Ich kriege gleich sowieso so ein Brett von FV oder sowas. Du kannst auf der Map nichts machen, wirklich, du kannst hier nichts machen, alter, gar nichts. Du kannst nicht hier hochklettern, weil du abgeähmt wirst, du kannst nicht nach links, nach rechts, du kannst hier nichts machen. Das ist einer der schlimmsten Maps in ganz World of Tanks. Es ist einfach grotesk, wie schlecht diese Map ist. Da hat sich einer hingesetzt, besoffen und hat irgendeine Map gezeichnet, die absolut keinen Sinn ergibt. Du kannst auf dieser Map gar nichts machen, alter, null. Du kannst auf dieser Map gehören. Du kannst auf dieser Map gehören. Wirklich, das ist so Paradebeispiel für eine misslungene Map, alter. Ist egal, wo du rausfährst, du kassierst erstmal tausender, zweitausender Schellen. Wir können auch hier nicht rausfahren, weil wir dann von hier aus kassieren. Also diese Map ist wirklich hundertprozentig misslungen, alter. Du kannst auf der Map nichts veranstalten, nichts, gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Du kannst auf der Map gehören. Du kannst auf der Map gehören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020